so kommen wir zu einem format das sehr interessant ist sehr cool ist und ja ich wollte da also beziehungsweise wir haben ein bisschen gequatscht und so und ich wollte irgendwie hatte ich überlegt wie kann ich da helfen bis jetzt ist mir leider noch nicht eingefallen wie ich da helfen kann außer dass ich mir natürlich gerne die songs rein ziehe die in diesem format kommen und da haben wir jemanden den wir tatsächlich bei uns auch schon hatten und zwar der briano früher hieß er mal aber und dieses format ist so ein bisschen aufgebaut wie colors der youtube channel wenn ihr den kennt allerdings geht es hier eher um newcomer und diese newcomer performen ihre songs und das finde ich sehr cool finde ich sehr schön also briano 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 modus mio gold und beton so heißt das format ja beziehungsweise so heißt der channel auch biet ist von josh mastering ist von lex barki mixing von jules an jules an und brian ja background shirin dietrich okay du bist newcomer und möchtest auch ein video in unserem studio drehen genau darum geht es hier ohne scheiß der look ist schon geil man der look ist schon geil genau aus dem grund hatte ich dich hatte ich dich weiß ich noch mit mit in die newcomer sachen und so weiter genommen alter ich feier diese stimme ich feier diese arroganz in der stimme man wirklich ich bin der einzige der rechtmäßig die krone trägt und sagt wie kann man so verwirrt sein modus mio feeling geiler beat auch dreht bei spotify die tür ein ich hör die hunde jaueln so als wär ich in nem tierheim ich wollte vieles werden aber rapper wollte ich nie sein damals nur gerede doch was sagt ihr jetzt ich mache pläne jeden tag als welcher architekt jeder in der szene ist aus plastik wie bei playmobil 180 karsen für mich lange noch kein major team weißt du noch welchen song der bei den newcomern hatte also wir hatten auf jeden fall ein weihnachtssong mit ihm zusammen wir hatten ja wir hatten ja so ein newcomer ding wo ich ja drei leute besucht habe und mit denen musikvideo zu meinem beat gemacht habe da war er zum beispiel dabei davor hatte er auch auch ein paar songs jaja die besten sterben ja mann okay also hook muss ich sagen war okay hat mich jetzt nicht unbedingt umgehauen von der melodie her jetzt gesagt ich finde also sein part war war bei weitem finde ich bei weitem stärker ja aber dj cuts sind geil diese shindy anlehnung irgendwie manchmal ne so dieses patisserie usw was ist das bitte für ein mikrofon das leuchtet frage ich mich gerade die ganze zeit ne was ist das für ist da ist das eine attrappe also ich meine das ist ja nicht nicht live gerappt ne aber ist das eine attrappe wo ne weiß ich nicht ne lampe mit drin ist oder was gibt es das zu kaufen saugeil ich weiß nicht ob das nachbearbeitet ist ehrlich gesagt weil sein gesicht auch leuchtet leute ihr wollt mir nicht erzählen dass man für so ein also für dieses format noch so eine bearbeitung da rein macht damit das gesicht und so weiter auch leuchtet ne das könnt ihr mir nicht erzählen ich schick dir den link seht ihr gibt es gibt es also hook passt auf jeden fall zum vibe ja also jetzt nicht falsch verstehen nur weil ich am anfang meinte so ist nicht mein geschmack oder sowas aber es passt auf jeden fall zum vibe ich finde nur die melodie nicht catchy genug ehrlich gesagt aber trotzdem trotzdem bis jetzt sehr stabil sehr stabil die besten starben law und nix brum 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 call the police 60k ja ohne scheiß ne Ist ne geile Location, Alter Ist ne geile Location, Alter Muss man mal ganz ehrlich sagen Ist ne sehr, sehr, also Sehr, sehr cool gedreht, Alter Also Ich bin gespannt Also, wenn ihr Newcomer seid Let's, let's go Let's go hier Und, äh, bewerbt euch Wenn ihr Bock auf sowas habt, ne Starkes Ding, Alter Und, äh, bewerbt euch Und, äh, bewerbt euch Und, äh, bewerbt euch